Ich nehme an, hier fährt die U1 lang. Vielleicht kommt ja bald mal eine Bahn oder so. Recht kunstvolle Brückenverzierungen, wenn du mich fragst, für diesen Ort. Jetzt geht es noch mal nach Füttbitte 9. Fuhlsbüttel ist einer der schönsten Orte der Welt mit dem ältesten Flughafen Deutschlands. Heute nennt er sich Hamburg Airport. Die berühmte Strafanstalt Santa Fu hingegen liegt auf Ohlsdorfer Boden. Dies ist eine Anstalt für Herren im Ursprung, welche sich dann weiterentwickelt hat. Fuhlsbüttel hat grün und den alten, tiefroten Backstein, der überzeugt. Abgewinkelte Klinkerbauten interpretieren mit kräftigen Treppenhaustürmen die städtebaulich markante Situation im Sinne einer Stadtmauer für die sich stadteinwärts anschließende Wohnbebauung. Der Flughafen ist gemütlich anstatt gewaltig. Die U1 hält in Fuhlsbüttel und Fuhlsbüttel Nord. Dieser wunderbare Fleck, der zu den Bütteln gehört, wurde zuerst urkündlich erwähnt, als man das Jahr 1283 schrieb. Fuhles Bottle. Achir, achir. Das Ortsamtsgebiet Fuhlsbüttel, beinhaltend die lustigen Stadtteile Langenhorn, Ohlsdorf und Fuhlsbüttel, wurde im Jahre 2008 aufgelöst. Die Brückenverzierungen über der unten fahrenden U1 sind herzallerliebst. Ein Fuhl ist schmutzig und daher kann man von einer Siedlung Büttel im unklaren Sumpf reden. Denn der Alsterlauf war nicht immer so geregelt wie heute. Nächster Halt, Fuhlsbüttel Nord. Warum kriege ich jetzt kein Geld? Ja, das ist ein Fuhl, 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 das ist ein Fuhl. Nächste Haltestelle, Lufthansa Basis, Haupteingang. Lufthansa Basis, Haupteingang. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.